Hallöchen meine Freunde und herzlich Willkommen hier ist der EuroBass und hinter der Kamera meine Brille wackelt, wenn ich meine, wenn ich grinse, geht nämlich die Brille hoch, darum spitz ich es jetzt ab. Hinter der Kamera sitzt mein Weibchen, die liebe Nadine, sag mal Hallo Nadine, und wir fahren heute nach Plessa auf das Warm-Up der BeerZone 2017 in Tschechien, wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns, wir wurden dazu quasi genötigt von dem lieben James von Platinbox, erstmal Grüße, ihr werdet den mal eh noch sehen nachher im Video, ja und wir sind hier auf der Autobahn on Tour, auf der, aaaaaaah, auf irgendein A, A14 sieht man gerade, äh, Richtung Müggeln, also Müggeln müssen wir abfahren, ja, da ist dann auch die Idee schon Plesser, und, glaube ich, keine Ahnung, wir fahren noch anderthalb Stunden, und, äh, ja, freut euch auf geiles Bildmaterial, was wir euch geben werden, weil wir sind von Freitag, heute ist Weihnacht, bis Sonntag da, Sonntag reiten wir zurück, und wir hoffen, und, äh, 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 ne, wisst ihr Bescheid, Neuer Schatz, jo, jo, in diesem Sinne, bis später! Hallo meine Freunde, es ist Samstag, Samstag, halb eins, eins, ich hab keine Ahnung, äh, ich wollte euch ja auch was vom Freitag zeigen, aber, es war gut, dass ihr das nicht gesehen habt, ich war nämlich ganz dolle betrunken, meine Frau findet das lustig, ja, aber heute ist Samstag, heute ist der Spieltag, wir hatten eben gerade noch einen kleinen Dreh mit, äh, Platinbox, da wird ein cooles Video kommen, ein, 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 äh, Biersohn, äh, äh, Video, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau das war jetzt, so ein Antwortvideo sein, auf so eine Aktion, die dann im Vorfeld schon lief, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, äh, ich werde das Video natürlich dann, äh, auf meinen Social Media Kanälen auch kundtun, wenn's dann soweit ist, so, ähm, es geht gleich los mit Spielen, ich werde auch, äh, dann schön alles filmen, natürlich, ja, ich hab meine, meine kleine, olle Kamera, wieder, ja, auf meinen Kopf, und dann mag ich schön ein Video, und dann könnt ihr euch freuen, und dann, ne, und so Sachen, Hm, let's just, Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr fragt euch sicherlich was das ist, das verrate ich euch aber nicht, das werdet ihr zukünftig, ich werde es verlinken, wenn es irgendwann fertig ist, werde ich es verlinken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020